Der FC Augsburg und Borussia Dortmund trennen sich 1 zu 1, die Dortmunder lassen mal wieder, muss man ja sagen, Punkte liegen und so langsam muss man sich wirklich überlegen, ist Edin Terzic noch der richtige Trainer, ich glaube viele sagen nein, viele sagen auch wiederum ja, also manche sind neutral, ich muss ehrlich sagen, bei Dortmund, es ist ein komisches, also es ist ein komisches, es ist eine komische Saison, muss man einfach so sagen, in der Champions League sind sie top und in der Bundesliga mal flop, mal gut. Ja, kann man eigentlich ein Wort draus zusammen machen, Flut, aber naja, was soll's, es war Demirovic, der in der 23. Minute das 1 zu 0 für die Augsburger zielte, die heute auch kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber insgesamt war Dortmund besser und war ja natürlich auch der Favorit. Man musste sich ein bisschen fangen, ist dann aber durch Daniel Mahlen in der 35. Minute zum verdienten Ausgleich gekommen, das war dann auch der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit gab es wirklich Chancen auf beiden Seiten, also Dortmund natürlich mit einem großen Chancenplus, aber auch Augsburg hatte sehr gute Gelegenheiten, gerade gegen Ende durch Vargas ETC, also beide Mannschaften hätten durchaus den Siegtreffer noch machen können, aber Dortmund hätte es einfach mehr verdient gehabt, weil da wirklich ein Chancenbucher waren, also so viele Chancen haben manche Vereine nicht mal in fünf Partien zusammen, also da muss Dortmund sich einfach vorwerfen, puren Chancenbucher heute begangen zu haben und die Augsburger, die werden den Punkt auf jeden Fall glücklich mitnehmen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, bis zum nächsten Video und ciao.